So, das ist das coole kleine Heißel, wo wir heute schlafen gedauft haben, bei der Julia, voll gemütlich. Kleines Heißel mit einem Ofen, schön in der Mitte und wirklich, wirklich früh. Es hat wirklich Spaß gemacht, da zu schlafen, vor allem weil es sehr angenehm war und hinten einmal zu schlafen. Ja, es wird gut sein. Ja. Der Wolfgang, Dan, nur als Zeichen ist man da aktiv, Dan und der Wolfgang, die erlegt gestern. Die Hände eben geblasen. Voller Binnen. Ein bisschen locker, wo das geht. Gut hat er geschmeckt. Gut hat er geschmeckt. So eine kleine Rauchung. So eine... So eine... Hüfff. Ja. 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 Wie steifelig. Arne Fens. Arne Fens. Fens. Arne Fens. Arne Fensgeißen. Okay. Okay. Cool war's. Ja. Ja. Cool.